Herzlich Willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Interview der HKCM, heute mit Matthias Aumann. Matthias, ich grüße dich. Hallo Philipp, vielen Dank. Schön, sehr gerne. Schön, dass du hier eingeflogen kamst mit deinem ganzen Team, sehr professionell auch. Wir hatten gerade schon ein interessantes Vorabgespräch. Er ist quasi ständig mit seinem ganzen Team unterwegs. Wer Matthias noch nicht kennt, er hat das geschafft, was eine geringere Anzahl an erfolgreichen Unternehmern schafft. Es gibt erfolgreiche Unternehmer, die sind einmal erfolgreich. Die schaffen es einmal und mit dem werden sie groß. Und wenn sie dann irgendwann mal von einer Klippe fallen sollten, dann schaffen sie es nicht nochmal. Du bist jetzt nicht von der Klippe gefallen, aber du hast es geschafft, mehrmals in deiner noch jungen Karriere erfolgreich zu werden. Führ uns doch da gerade mal ein, was war dein bisheriger Weg? Sehr gerne. Also im Jahr 2012 habe ich ein Garten- und Landschaftsbauunternehmen gegründet. Ganz klassisch, hemmsärmlich, Rasen mähen, Unkraut diäten, Hecke schneiden. Das Unternehmen ist entstanden aus einem elterlichen Betrieb. Das kann man vielleicht zur Historie dazu sagen. Also ich bin ein Kind aus einer klassischen Unternehmerfamilie. Damit hatte ich irgendwo immer Bezug zum Unternehmertum. Der große Traum von mir war es damals auch irgendwann so in die Fußstapfen der Eltern hineinwachsen zu können. Und das Unternehmen musste leider schließen. Also wurde liquidiert. So habe ich gesagt mit 23, wo ich eigentlich mein Leben lang darauf hingearbeitet habe, irgendwann bin ich soweit, darf ins elterliche Unternehmen. Dann ging es nicht mehr. Da habe ich den Sprung ins kalte Wasser gewagt. Und ich hatte immer mein Mindset lieber müde als pleite. Und er war ja ein Wookiee, ein Greenhorn. Das bedeutet, ich hatte vom Unternehmertum, auch wenn ich da in einer Familie war, sonst keine Berührungspunkte. Ich habe selbst ja noch nie Mitarbeiter eingestellt, geführt, Marketing gemacht. Aber ich habe viele Dinge richtig gemacht, einige Dinge auch bestimmt falsch. Aber long story short, fünf Jahre nach der Gründung waren wir eins im Schnellzwachsenunternehmen in ganz Deutschland, nachgelagert in Europa. Habe in den ersten fünf Jahren 60, 70 Mitarbeiter aufbauen können. Und dann kamen andere Handwerker auf mich zu und sagten, wie schaffst du das? Also mit 23 gestartet, jetzt mit 27 Jahren Platz drei aller Handwerks- und Bauunternehmen in Deutschland, Platz 20 von allen deutschen Unternehmen im Jahr 2017. Also von den Wachstumsraten im Umsatz gesprochen. Jedes Jahr 150 Prozent Umsatzwachstum. Ja, da habe ich gesagt, das ist eine gute Frage. Darüber habe ich dann ein Buch geschrieben. Ich habe mal so ein Zero-Base-Thinking dann gemacht. Bedeutet, okay, wenn man wie im Nintendo-Spiel es auf Reset drücken würde und wir starten das Spiel von vorne, wie würdest du wieder anfangen? So, und mit diesen Gedanken habe ich ein Buch geschrieben. Nicht schulklug, sondern straßenschlau. Das Buch habe ich dann verschenkt. Also das war damals mit einer der ersten Free-Plus-Shipping-Modelle. Heute ist es gang und gäbe. Und nach dem Buch haben die Menschen gefragt, können wir irgendwie mit dir zusammenarbeiten? Da habe ich Seminare gemacht. Abends Seminare. Außerdem nichts. Einfach 20 Hotelräume in ganz Deutschland gebucht. Donnerstagsabends Veranstaltungen. Selbst vermarktet, selbst getrommelt. Im Jahr 2018. Ein Riesenerfolg. Und danach haben die gefragt, können wir irgendwie langfristig mit zusammenarbeiten? Das ist ja Wahnsinn. So ist dann eine Unternehmensberatung entstanden. Missisch hohen Mittelstand. Und heute hat diese Unternehmensberatung 140 Mitarbeiter. Ist gerade auch mit eins der einem schnellstwachsenden Unternehmen in Deutschland. Auch fünf Jahre später. Gute mehrfach achtstellige Jahresumsätze. Ja, und insgesamt würde ich sagen, ich mache Unternehmertum wirklich richtig, richtig gerne. Ich denke, das kann man so sagen. Ich finde das auch wirklich erstaunlich, auch an die Zuschauer. Wenn ihr manchmal reinschreibt, ich wäre ein Macher. Also mir sitzt ein Macher gegenüber. Ich finde das wirklich hervorragend. Denn ich wurde immer gefragt, wenn ich das jetzt nicht mehr hätte, was ich mir aufgebaut habe, aber was würde ich dann eigentlich machen? Und dann habe ich mir gesagt, ich würde wahrscheinlich Straßenmusikant werden oder so. Weil das ist wirklich, ich bin ja in meinem letzten Leben bin ich Marktschreier gewesen. Ich sehe mich da in der großen Historie mit dem Ahle Dieter von Hamburg-Altona, die damals wirklich dastanden und eben als Marktschreier fungiert haben. Und Ahle, frische Ahle. Und du hast es ja komplett getrennt von deinem ersten Geschäft geschafft, dir nochmal sowas aufzubauen. Noch größer jetzt als das Geschäft davor. Und das finde ich schon beeindruckend. Wie geht sowas zusammen? Hast du dann einfach gesagt, ich schule um? Hast du dann Management studiert, um das zu machen? Oder wie kam dieser Trend? Nee, also ich bin ja gestartet. 2012, Galabau. Ich würde sagen, mit der tiefen Überzeugung, das zurückholen, was uns weggenommen worden ist. So habe ich gedacht. Falscher Glaubenssatz damals, also durch die Insolvenz. Kohle verdienen, ich hatte nichts. Und meine Eltern stolz machen. Das war mein richtiger Antrieb. Aber das war nicht mein wahres Warum. Das habe ich erst später gemerkt. Mein Herz schlägt zwar für Garten- und Landschaftsbau, aber ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, soll bei mir auf dem Grabstein ja der, der die meisten Hecken geschnitten hat, stehen? Ja, da habe ich gesagt, nein, definitiv nicht. Ich habe, glaube ich, eher so meine wahre Berufung gefunden, in dem ich mit den Büchern angefangen bin, mit den Seminaren, mit den Coachings. Und wo ich das gemerkt habe, ey, das ist so, glaube ich, die wahre Identität, also deine wahre Berufung, das gibt dir Energie und es raubt dir keine Energie, weil wenn du einen Tag mal richtig, einen straffen Tag im Garten- und Landschaftsbau-Projekte durchgeboxt hast, ja, dich streiten musstest mit Auftraggebern und so weiter, dann bist du abends komplett platt. So, und ich kann das, was ich jetzt hier gerade mache, den ganzen Tag machen. Man muss mich nachher hier abstellen, sonst rede ich und rede ich und rede ich. So, bedeutet, wo ich diese Erkenntnis hatte, wusste ich, das erste Unternehmen muss ich jetzt ohne mich zum Laufen bringen. So, und das war dann mein ganz großer Antrieb. Ich muss Systeme schaffen, Mitarbeiter finden und eine gute Führung finden. So, und erst wo ich das hatte, bin ich dann wirklich mit einem zweiten Unternehmen auch richtig aufs Gaspedal gegangen. So, das bedeutet, ich wusste, wenn ich jetzt ein zweites Unternehmen einfach aufmache, skaliere ich meine Probleme mit. Wollte ich nicht. Heute führt mein erster Mitarbeiter, die auch mein grüner Geste, Michael Peters, hervorragender Mensch, guter Freund mittlerweile und demnach auch Geschäftspartner. So konnte ich mein erstes Baby, mein erstes Unternehmen, so in gute andere Hände bringen und habe mich um mein zweites gekümmert und das zum Wachsen gebracht. Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt, der mir selbst immer sehr schwierig gefallen ist und das ist Aufgaben zu delegieren. Ich habe früher immer gedacht, ich muss das selbst machen, weil nur ich kann das so gut machen. Die können das nicht. Das ist ein absolute, das ist ja erstens mal ein sehr negativer Glaubenssatz gewesen, wo ich mich immer mehr mit Arbeit aufgeladen habe. Wie ist das bei dir gewesen? Ist es dir einfach gefallen, das Aufgaben zu delegieren? Zum Start nicht. Zum Start nicht. Weil Ego. Ja, und dann gesagt, nee, 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 nicht, dass jetzt einer denkt, er kann mich überflügeln oder dass er dafür die Lorbeeren einhamstert. Ist ja meine Arbeit, ist meine Firma, ich muss der Chef sein. Das ist ein scheiß Glaubenssatz, gut Deutsch, ja. Also das torpediert dich irgendwann mein. Ich habe mich irgendwann mit Unternehmertum immer mehr beschäftigt und ich habe irgendwann einen Satz gelesen von Zig Ziglar, einer besten Trainer der Welt damals. Er hat gesagt, you don't build a business, you build people and then people build a business. Und da hat es bei mir ein bisschen mehr Klick gemacht. Okay, auf meinen Schultern schaffe ich das nicht. Ich muss delegieren können. Ich war vor drei Wochen bei Richard Branson auf Necker Island. Und da durften wir eine halbe Woche mit ihm dann auch direkt verbringen. Also vom Kitesurfen bis Paddelspielen, Tennis, Schach, morgens, mittags, abends. Ich kenne jemanden, der mit dir dort war. Also ich habe das jetzt gerade nur verbunden. Geil. Ja, sage ich dir nachher. Sehr gut. Und da haben wir ihn auch gefragt, wie schafft man es, 400 Firmen aufzubauen? Wir reden ja gerade davon, dass ich eine zweite Firma aufgebaut habe. Richard Branson, 400 Firmen, Milliardär, für mich der Urtyp eines Unternehmers, so wie ich diesen Traum eines Unternehmers leben möchte. Und er hat gesagt, wenn du von einer Sache vielleicht nicht so viel Ahnung hast, such dir einfach die Menschen dafür. Richtig. die da richtig die Ahnung haben, du willst die ja schon finden. Sondern am Ende des Tages, du musst dir deine Stärken bewusst sein, du musst dir deine Schwächen bewusst sein und nicht wie in der Schule, du musst deine Schwächen stärken, das ist Bullshit, sondern du musst deine Schwächen einfach delegieren und deine Stärken stärken, sodass deine Genie-Zone immer weiter wächst. Sondern wenn du das verstehst, so wie Richard Branson das ja auch gemacht hat, dann geht es richtig ab. Weil dann kommt man weit und schnell. Und ein unglaublich diversifiziertes Unternehmen, also seine Virgin, da gibt es ja von Hotels über alles eigentlich, das er abdeckt. Also sehr spannend, kann ich mir vorstellen, dass du da sehr viel mitgenommen hast bei diesem Treffen. Man sagt ja, der alte deutsche Spruch, der Mittelstand ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Gerade dieser Mittelstand, der steht unter massivem Druck, der wird ausgedünnt. Großkonzerne, die nicht mehr dem Mittelstand zuzurechnen sind, die wandern ab. Und der Mittelstand ist, wenn man es hart sagen möchte, gefangen hier in Deutschland. Warum ist das so? Ich glaube, die meisten, sie können nicht loslassen. Sie haben familiäre Verpflichtung, Schulverpflichtung gegenüber ihren Kindern. Und vielleicht fehlt auch irgendwo der Glaube. Schau. Wenn ein Großindustrieller abwandert, okay, der ist schon wirklich ziemlich, ziemlich weit. Aber der Handwerker, der kriegt es ja in der Regel nicht mal hin. Also ein durchschnittliches Unternehmen, kleines mittelständisches Unternehmen, muss nicht mal im Handwerk tätig sein, sondern generell hat fünf bis sechs Mitarbeiter, macht so eine halbe Million Euro Umsatz, verzettelt sich den gesamten Tag und in den ersten fünf Jahren gehen 80 davon, 80 Prozent davon in die Pleite, Insolvenz. So, bedeutet, er kriegt dann nicht mal seinen kleinen Mikrokosmos gemanagt. Und für ihn jetzt diesen Mikrokosmos vielleicht noch in ein Ausland zu bringen, weil es ihm dort schöner gefällt, ich glaube, das ist für ihn im Kopf von der Relation, der Machbarkeit nicht vorhanden, könnte ich mir vorstellen. Also ich glaube, diese tiefe Verwurzelung und vielleicht auch ein ganz bisschen diese Heimattreue auch. Also ich denke, das Vorrecht, was ich mit Missio Mittelstand habe, wir betreuen mehrere tausend KMUs, mehrere tausend. Und das Vorrecht ist, ich komme mit ganz vielen Geschäftsführern direkt in Kontakt. Und viele sind auch gerne so Lokalpatrioten. Die könnten sich das gar nicht vorstellen, auszuwandern. Also die haben wohl vielleicht diesen Traum und diese Vision irgendwann, wenn sie es geschafft haben, das Haus auf Mallorca zu haben. Ferien, Domizil oder sowas. Aber ich glaube, direkt auswandern wollen sie gar nicht. Sie müssen eher nur an sich mehr arbeiten. Es ist ja auch schön, dass es diese Leute gibt. Also dem muss ich absolut zu applaudieren, weil wenn alle so denken würden und sagen, wir hauen jetzt hier ab und es sind ohnehin sehr, sehr viele Leute, für die die Zustände aktuell unerträglich geworden sind in diesem Land, dann wäre der, wenn man so sagen möchte, der Austausch noch gravierender. Also es ist toll, dass wir Lokalpatrioten haben, toll, dass wir Menschen haben für die Deutschland noch so eine Heimat ist, dass sie es quasi durchkämpfen wollen durch diese Phase. Ich möchte mal eine interessante Statistik vorlesen. In der Zeit seit 2012, als du dein erstes Unternehmen gegründet hast, bis Ende 2023, ist die Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung in Deutschland inflationsbereinigt und gerade mal 0,7% jährlich angestiegen. Gemessen in den US-Dollar haben wir in Deutschland in diesen elf Jahren sogar ein Wirtschaftswachstum von jährlich 1,0%. Was, denkst du, müsste sich im Land ändern, damit wieder etwas mehr Schwung in die Wirtschaft kommt? Okay, wie viel Zeit haben wir? Ich freue mich, das Tage wahrscheinlich, um alle Probleme aufzuzählen. Ja, also ich glaube, ich würde sagen, ganz groß die Rahmenbedingungen. Oder fangen wir vielleicht mal beim Unternehmer selbst an. Also der Glaube an sich ist die Grundlage. Ziele setzen, Grundlage. So diese Macher-Attitude. Wir haben gerade von Macher gesprochen. Ich glaube, der Wohlstand in einem Land ist gleichzusetzen mit dem Mut der Unternehmer, die hier sind. So, und wenn man sich gar nicht so viel zutraut und sagt, ja, also gerade, wenn ich mich mal jetzt 2012, wo die Studie beginnt, sehe, meine Persönlichkeit war eine komplett andere. Komplett anders. Ich habe damals gesagt, okay, wenn ich irgendwann am Ende des Lebens 20, 30 Mitarbeiter habe, vielleicht eine Million, zwei Millionen Euro Umsatz. Bingo. Dann bin ich so am Ziel meiner Träume angekommen. So, heute sind da über ein paar Nullen mehr dran, ja, weil meine Persönlichkeit gewachsen ist in diese Ziele. Also bedeutet, irgendwann habe ich mein Blut geleckt und ich glaube, Ziele setzen und die ersten Erfolge erreichen, um sich damit mehr Selbstvertrauen selbst zu geben und dadurch wieder Aufwärtsspirale, positiv gesehen, größere Ziele zu setzen, damit die Persönlichkeit wieder wachsen kann. So, und das ist auf einmal eine Aufwärtsspirale. Das fehlt den meisten. So, bedeutet, Glaube, Mut an sich selbst. Punkt eins, fangen wir beim Unternehmer an, ja, weil jeder hat sein Glück geschmied, egal wie die äußerlichen Rahmenbedingungen sind. Die sind ja für alle gleich taft gerade. So, bedeutet, aber es gibt welche, die schaffen, es gibt welche, die versagen. Richtig. So, Darwinismus, ja, Gesetz der Stärken, die, die sich gut anpassen können, gerade in diesen Zeiten. Ich glaube, ganz, ganz klar, wir haben keine, keine ganz starke Konjunkturpolitik, gerade wo, wo viel für die Unternehmer gemacht wird, sondern es wird viel nach außen investiert, aber nicht ins eigene Land. Gerd Schröder hat gesagt, glaube ich, gerade sechs Wochen her, so, das Einzige, was Olaf Scholz jetzt machen sollte, sich nur um die Menschen hier in diesem Land zu kümmern und nicht um die gesamte Welt. Ist das nicht eigentlich selbstverständlich, dass das eigentlich gemacht werden sollte? Also in meinen Augen vergessen einige Politiker, dass der Stuhl, auf dem sie sitzen, direkt mit unserem Geld etwas zu tun hat. Wir haben sie gewählt, sie sind unsere Angestellten. Eigentlich. Eigentlich, ja. Eigentlich, eigentlich. Aber vergessen sie. So bedeutet, die Rahmenbedingungen, auch in der Politik, die muss gemacht werden. Wir brauchen eine Steuerreform, wir brauchen weniger Bürokratie. So sind ganz, ganz viele Stellschrauben in diesem Land, die nicht richtig funktionieren. So, wo irgendeiner mal jetzt herkommen muss und sagen, so, wir geben da jetzt Attacke. Dieser jemand, der starke Mann, die starke Frau, ist noch nicht in Sicht. Ich sehe nicht. Du? Es gibt sicher vielleicht Leute, die ein Potenzial hätten, ich würde mal kleiner anfangen, dem Land weniger zu schaden als die, die es jetzt aktuell gerade machen, die massiven Schaden hervorrufen. Aber diese Hoffnung, die fast schon den Heiligenschein über sich hat, wo wir alle sagen, hast du das gehört, was sie oder er wieder gesagt haben, sehe ich jetzt aktuell auch noch nicht. Ne. Also definitiv gibt es genügend, die es besser machen. Ich glaube, ist auch nicht ganz, ganz schwer. Aber die, die es besser machen könnten, werden ja gerade auch nicht gerade mit offenen Händen empfangen. Mal klar, sagen wir mal, auf drei Punkte runtergebrochen. Man sieht ja auch, trotz der sehr, sehr starken oder sehr, sehr schwierigen Situation, die wir jetzt hier in Deutschland haben, wo viele Leute, Privatinsolvenzen in die Höhe gehen, Leute hoffnungslos sind, das ist ja ein Mindset, sie haben keine Hoffnung mehr. So sieht man ja doch am Beispiel von uns beiden, dass es auch in dieser schwierigen Phase Unternehmen gibt, die wachsen und wachsen und wachsen. Es gibt also, ich würde uns jedoch nicht als Krisenprofiteure bezeichnen, sondern als Profiteure, wir würden auch nicht in der Krise erfolgreich sein. Also ob es jetzt gut läuft oder schlecht läuft, das machen wir nicht als Entscheidung dafür, wie es in unserem Unternehmen läuft. Was glaubst du, wenn ihr jemandem jetzt zuhört, was sind so die drei Punkte, damit er direkt als Unternehmer erfolgreicher wird? Das ist immer wieder eine schwierige Frage. Es ist so, als ob man einen Arzt fragt, wie kann man am besten operieren? Auch schwer. Es hängt immer, glaube ich, auch wieder von der Branche ab und so weiter. Also drei Dinge, um egal wie in die Puschen zu kommen, erst mal irgendein großes Problem erkennen. Unternehmer, gute Unternehmer übernehmen Verantwortung für die Probleme anderer Menschen. Und dieses Problem sollte sich sehr, sehr gut auch monetarisieren lassen. Logisch. Das heißt, das muss schon irgendwo ein brennendes Problem sein. Ich denke, wenn man erst mal das geschaffen hat und es kann natürlich auch im klassischen Handwerk sein, dass man einfach seine Leidenschaft hat, irgendwas Geniales zu bauen, zu werkeln und damit das brennende Problem von Menschen löst, die gerne genau das kaufen wollen. Ein bisschen Anerkennung, Individualismus für sich, dass sie stolz darauf sind, einen tollen Tisch in ihrer großen Küche zu haben und so weiter und so fort. Bedeutet das mal irgendetwas, was man gut monetarisieren kann, was ein Problem löst. Punkt zwei, ich würde sagen, die Fähigkeit zu führen und drittens die Fähigkeit zu verkaufen. Wenn man diese drei Dinge mal zusammen in einen Top schmeißt, umrührt, ein Emergenzbild in neue Eigenschaft, aber ein Top-Unternehmer. Ja, großes Problem einer Zielgruppe, Bingo, du übernimmst gerade Verantwortung dafür, du lässt dich dafür bezahlen. Du bist in der Lage, jetzt Menschen einzustellen und diese auch zu führen. Wichtig. Drittens, der Verkauf. Denn alles im Leben ist am Ende Verkauf. Life is the Sales Talk. Ich würde sagen, wenn die Leute daran arbeiten würden, Zielgruppenverständnis, also Stallgeruch kreieren, schauen, wie schafft man es, Menschen wirklich diese Probleme, die sie haben, abzunehmen. Ein Problem zu lösen. Problem zu lösen. Ganz klar. Zweitens, führen, also Menschen, wenn Menschen öffnen und versperren einen die Türen. Und drittens, der Verkauf. Die drei Dinge. Kann ich absolut zustimmen. Ich finde es ganz, ganz wichtig. Dazu immer die Einstellung, auch ein Stehaufmännchen zu sein. Viele Leute, die das von außen betrachten, die sehen immer nur den Erfolg. Da fährt einer mit einem Ferrari vorbei und dann sehen sie nur, oh, guck dir den wieder an und so. Und das ist nur der Moment des Erfolges, der Moment, wo er geschwitzt hat, wo er die Nacht durchgearbeitet hat, wo er nicht mit seiner Familie unterwegs war, weil er gearbeitet hat, noch und nöcher nicht in den Urlaub gegangen ist, den sehen sie nicht. Den Gedankengang auch, was dahinter steckt, aufzustehen, immer weiter und weiter und weiter. Deswegen glaube ich auch, ist es nicht unbedingt vonnöten, sehr intelligent zu sein, um erfolgreich zu sein, aber den Wille zu haben, also Willenskraft und Disziplin, ich denke, das ist auch etwas, bei dir, du hast eine unglaubliche Willenskraft und eine Disziplin, immer weiter und weiter zu machen. Bei uns fing früher immer ein großes Schild in der Küche. Ich weiß nicht, ob einen das prägt, mit Sicherheit, weil wenn man das hundertmal liest oder tausendfach, ja, da stand drauf, ohne Arbeit von früh bis spät wird dir nichts geraten, der Neider sieht dein Blumenbeet, aber nicht den Spaten. So, ganz blöd ausgedrückt, ja, aber am Ende des Tages, ja, safe, also der Wille, Lust auf Leistung und etwas bewegen zu wollen. Bei uns beiden ist es ein einander Faktor, dass unsere Unternehmen sehr stark auf Social Media setzen. Das ist etwas, das viele heutzutage wollen, sie wollen unbedingt, ich mache jetzt auch mal meinen YouTube-Kanal auf, ich mache hier auch mal und wissen dann aber nicht, wie sie das Ganze vonstatten bringen. Du hast es ja quasi schon mit, ja, fast kinoreifen Filmproduktionen, blenden wir jetzt gerade mal ein. In einer Zeit zahlreicher Krisen brauchen wir Helden, deren Mut alle Grenzen überwinden. Die Regierung weiß nicht mehr weiter und die Wirtschaft steht kurz vor dem Kollapsen. Wenn andere stillstehen, brauchen wir jemanden, der handelt. Mission angenommen. Warum siehst du das auch als so wichtig an, dass du möglichst eine große Reichweite hast für die Informationen, die du vermitteln willst? Ich würde sagen, Geld folgt der Aufmerksamkeit. Und ich lasse mich dafür bezahlen, dass ich die Probleme anderer Menschen mehr löse. Wenn wir mehr erfolgreiche Unternehmer hier in diesem Land haben, geht es gesamt, wirtschaftlich, diesem Land besser. Wirtschaft heißt Werte schaffen. Du musst ja irgendwo in diesen, ich würde Sumpf, dieser Marketing-Botschaften und jeder prasselt den gleichen Mist in den Markt rein. Ja, Floskel-Marketing. Also jeder sagt, ich bin besser, schneller, kauf mich, kauf mich. In der Regel 6.000 bis 8.000 Mal am Tag. Merken wir gar nicht. Geht hier auf der oberen Verstandesebene hier rein. Das heißt, du musst irgendwo etwas machen, damit man noch mal hängen bleibt. Ich habe wirklich verrückte Dinge gemacht. Ja, also wirklich. Auch skurrile. Meine Mutter hat mir damals gesagt, bis 30 verzeiht man dir alles. So, und so bin ich dann angefangen, schon auch bescheuerte Sachen zu machen. Damals im Gartenbau und mit Kleinwüchsigen, die ich als Gartenzwerg verkleidet habe. Ein Shetland-Pony habe ich mir von Bauernhof ausgeliehen und bescheuerte Sachen haben wir gemacht, ja. So, damit bin ich aber immer aufgefallen. Ich bin aufgefallen und es war nicht für alle sofort richtig, ja. Und die sagen, das spinnt auch. Den kann man nicht ernst nehmen, ja. Ich sage aber, in der Bibel steht, der Stolze wird gestürzt. Also sich selber gar nicht so ernst nehmen und ich mache alles immer ein ganz bisschen mit so einem kleinen Augenzwinker, ja. Auch wenn ich mich da als James Bond verkleide und auch mit einem Ferrari durch die Präriebüse und die Welt rette und die deutsche Wirtschaft. Ich mache alles immer bewusst mit einem Augenzwinker. Ich nehme mich natürlich da nicht ernst. Logisch. So, und da bleibt vielleicht dein Mittelständler erstmal stehen und denkt, was ist das hier? Danach kommen aber relevante, richtige, gute, wichtige Informationen für ihn. Dafür sorge ich, ja. Durch mein Online-Marketing. Das bedeutet, ich mache das bewusst, um einmal irgendwo so den Pik zu geben, den Kopf radikal doll aus dem Schneckenhaus herauszustecken. Ja, hier bin ich. Werde auf mich aufmerksam, verdammt nochmal. So, und danach gibt es aber wirklich strategisch wichtige Informationen, die wir helfen können. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt und den Fehler, den viele machen, ist, die sagen auch, ich strecke jetzt mal den Kopf aus dem Schneckenhaus raus und danach kommt nichts. Ja. Das heißt, guck mal hier, ich habe auch ein Lambo, kauf mein Programm und dann kommt da aber nichts mehr. Dann bleibst du der Spinner. Richtig, ja. Und davon haben wir sehr, sehr viele und ich denke, deswegen hat das teilweise auch einen schlechten Ruf. Es ist ganz wichtig, wie der Pfau auch erstmal sein Federkleid zeigt, um das Weibchen anzulocken. Er muss aber halt danach noch Potenzial mitbringen, ja, danach. Und ich denke, das ist auch so ein Punkt, man muss ja auch erstmal beachtet werden, man will, dass die Augen aufeingerichtet sind, aber wenn man dann danach noch Qualität mitbringt, dann ist es erfolgreich. Also einer der Fehler ist, keine Substanz zu haben, aber auch einfach nur beachtet werden zu wollen. Was hast du denn jetzt, der schon viele tausend Unternehmen jetzt erfolgreich gemacht hat durch Mission Mittelstand, was hast du denn jetzt noch häufig für andere Fehler ausgemacht, die viele Unternehmer ja häufig begehen? Die Leute kommen zu mir wegen drei großen Pain Points. Das ist immer wieder das Gleiche, Branchenübergreifend. Erstens, sie haben keine Organisation und Systeme. Zweitens, sie finden keine Mitarbeiter. Wenn sie Mitarbeiter haben, haben sie die Falschen, können sie nicht führen. Und drittens, das ist so eine gute Präsenz aufzubauen, dass man auch als Arbeitgeber Image gesehen wird und dass man Kunden bekommt, die ein Fürstlich bezahlen. Deswegen kommen sie zu mir. Sie gehen mit einer Danksagung, nicht wegen diesen drei Dingen, sondern dass sie sich verändert haben in der Persönlichkeit. Also irre. Falsche Glaubenssätze, mehr Mut, mehr Spaß in der Ehe. Also komplett bescheuert. Wir hatten diese Woche Intensivseminar vom Montag bis Freitag. Also bis gestern Abend, heute Morgen Verabschiedung. Und da waren bei uns im Büro 30 Unternehmer und die hatten teilweise auch ihre Ehefrau mit. Und eine Ehefrau kam an der Pause, ein bisschen Tränen gerührt und sagte, sie wollte sich einfach mal kurz bedanken, hat mich umarmt, hat gesagt, gefühlt die Ehe gerettet, zeigt auf ihn und sagt, der hat sich richtig verändert im letzten Jahr. Aber zum Positiven. So, das bedeutet, deswegen kommen die aber nicht zu mir. Nein, natürlich nicht. aber wenn die Firma glatt läuft, wenn du keinen Stress mehr zu Hause deswegen hast, weil du bist ja nur noch mit der Firma verheiratet, ja, oder Geld, wenn es ein Problem ist, dann schreitest du den ganzen Tag darüber. Wenn Geld wenig da ist, hast du ein Riesenproblem. Absolut. Also es dreht sich den ganzen Tag um dieses Problem. Die Kinder kriegen es auch mit und es ist eine Abwärtsspirale wieder, ja. So, und den Stress, den du dann zu Hause hast, den nimmst du dann mit in die Firma, der Mitarbeiter kommt mit einer normalen Frage und du blüffst den an. So, und der denkt, was hat der denn hier? So, bedeutet, ich glaube, der wahre Wert, wirklich der wahre Wert von der gesamten Zielsetzung ist es nicht die Materialisierung, dass man ein besseres Unternehmen hat, sondern dass man eine viel geilere Persönlichkeit geworden ist, vielleicht wieder Spaß in der Ehe, Spaß mit dem Partner, glückliche Zeit, also mehr Zeit für die Kinder, weil am Ende, wir haben so viele Familienväter auch bei uns, so, und ich sage denen mal, hey, ihr habt nur 18 Sommer mit den eigenen Kindern, 18 Sommer und vielleicht mit 15 wollen sie schon Lorette mal mit ihren Kumpels, nicht mal mit euch. So, nutzt diese Zeit, also, deswegen, ich bin großer Verfechter, da waren diese Zeit auch so effektiv dann zu nutzen, dass man nicht jetzt, ja, Sklave im Unternehmen ist, sondern dass man da rauskommt. Und hast ja auch eine große Familie. Ich habe selbst vier Kinder. Ja. Und einen Hund, wird nie langweilig. Ja, toll, das ist auch sehr schön, um das zu wissen, auch den Mut noch zu einer großen Familie in Deutschland, den viele ja nicht mehr haben, auch ein Geldgrund, Belastungen sind so hoch, man traut sich das gar nicht mehr, kann ich mir das überhaupt noch leisten? Das ist, denke ich, eine Frage, die sich viele Leute dabei stellen. Bestimmt. Also, als einen Grund, um dem anzufügen, erfolgreich zu werden, es gibt viele, viele Gründe dafür, aber einer wäre, dass man sich ja auch eine große Familie leisten kann, wenn man das möchte. Ja. Meine letzte Frage, die mich als Unternehmer sehr begleitet hat, schon mein ganzes Unternehmerleben lang, ist, dass ich mit positiven Affirmationen und Glaubenssätzen arbeite. Ich habe da auch mal ein Büchlein rausgebracht, das gibt es bei 10 Euro, für 10 Euro ungefähr, bei Amazon. Im Endeffekt geht es einfach nur darum, dass man sich jeden Tag Dinge reinschreibt, für die man froh und dankbar ist und sich auf seine Ziele fokussiert. Mich würde mal interessieren, hast du selber sowas bewusst oder unterbewusst auch gemacht? Schreibst du dir Sachen auf oder wie arbeitest du so mit dem Thema Glaubenssätze und Affirmationen? Definitiv ähnlich. Ja, wir haben auch sogar ein ähnliches Buch von Monsieur Mittelstand, weil ich mir dieser Wichtigkeit bewusst bin. Seit 2012 arbeite ich auch sehr, sehr stark mit Zielsetzungen. Im ersten Jahr vielleicht noch nicht, weil da wollen wir ein schmales Unternehmen haben. Da habe ich mir auch gar nicht getraut, ein großes Ziel aufzuschreiben, weil wenn du das alles mitbekommen hast, wie eine harte Insolvenz abgehen kann, dann willst du nicht jetzt direkt nach vorne ein großes Unternehmen weiter aufbauen, sondern erstmal schmal umgucken, nicht, dass es schick liegt. Aber irgendwann habe ich dann, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Buch, ich glaube von Brian Tracy war es irgendein Buch und da ging es um Ziele, Visionen, Visionbilder und da habe ich mir ein Vision Board gemacht, so ein großes und alle Dinge da aufgeklebt, so bei Google und komplett ausgeschnitten, bescheuert, ja. Alles war von der Machbarkeit komplett losgelöst. Alles, alles. Da stand ein Traumauto, Traumhaus, Traumfamilie, eine tolle Uhr, also sehr plakative Dinge. So heute wird man denken, das ist ja nur ein Materielles, ja, weil ich hatte damals keine Kohle. Ja, wenn du keine Kohle hast, willst du das. Klar. Und wenn du das hast, dann denkst du, okay, was kommt nun? Dann stellst du dir Ziele mit tieferem Sinn. Logisch auch. So, das bedeutet, da bin ich angefangen mit Ziele setzen, mit mich hinterfragen, Glaubenssätze aufarbeiten. So, war auch bei sämtlichen, also ich habe über eine halbe Million Euro, ja, also in den letzten zehn Jahren in meine persönliche Weiterbildung investiert. Ne, Seminare, Coachings. Ich war auf der gesamten Welt schon unterwegs. Und es ist das, es ist diese eine Sache, die dich lenken lässt, die dich glauben lässt, die dich handeln lässt, ja, das ist, ja, Unterbewusstsein, Glaubenssatz, wie siehst du diese Welt, ja, wir leben alle auf dieser gleichen Welt, wir nehmen sie aber komplett anders wahr. Logisch. Bedeutet, arbeite an deine Glaubenssätze, damit veränderst du dein Denken, dadurch dein Handeln, du bekommst andere Resultate und dieses Resultat, das Ergebnis manifestiert wieder ganz oben dein Glauben und du gehst wieder anders durch die Welt. Ja, du traust dir mehr zu. Das ist diese berühmte Aufwärtsspirale, wovon ich eben erzählt habe und deswegen ist so ein Buch so wertvoll. Aber, das Buch ist so schön, wie es ist und es ist einfach geschrieben. Warum machen die meisten das wieder nicht? Disziplin, verdammte Herke, ja, deswegen würde ich sagen, ja, großes Ziel, was dich antört, Vision Board, ja, Motivation, Promovere Bewegung, Lateinisch, auf ein großes Motivbild, was sind so geile Ziele, für die es sich zu arbeiten lohnt, so und dann bekommst du da durch, ich meine auch, ein bisschen mehr Disziplin, weil du willst das unbedingt, sondern wenn du es 30, 40 Tage mal machst, ja, so dann willst du es gar nicht mehr auch nicht. Deswegen, das ist so wertvoll sowas. Ich hätte es nicht besser sagen können, absolut richtig und schön, dass man auch sieht, dass andere Unternehmer, die sehr erfolgreich sind, die in einem stetigen Wachstum sind, das ist ja auch für dich wichtig, es gibt nur weiteren Wachstum und es geht immer weiter und weiter, ist nicht irgendwann, jetzt habe ich genug, dass man sieht, dass du auch daran arbeitest und dass das für dich auch wichtig ist. Ganz herzlichen Dank. Danke dir. Danke dir, Matthias. Vielen Dank. Vielen Dank.